ich kann ja schon mal ich habe jetzt den studio modus für mich entdeckt ich kann hier schon die andere szene das finde ich ziemlich cool genau ansonsten ich mach das mal alles ich sehe gerade auf jeden fall die verzögerung ist tatsächlich gar nicht so groß ich bin am plan irgendwann mal in zukunft mit mehreren leuten zu streamen tatsächlich mit mehreren leuten meine ich so zwei leute dazu 23 leute dazu maximal zwei eigentlich und vielleicht auch nur ein ich weiß es noch nicht aber ich bin das so ein bisschen am plan weil es das ein paar spiele gibt die ganz cool sind die aber alleine auch lustig werden aber nicht ganz so gut sieben minuten noch dann geht es los dann geht es los warte mal wo das läuft alles das ist blöd das ist blöd das ist alles über eine ne ok das ne das funktioniert auch nicht weil das ist ein bisschen blöd jetzt das ist alles über eine das hatte ich letztes mal schon irgendwie richtig aber es ist jedes mal wieder verkehrt müsst ihr nicht verstehen es hat was zu tun mit den sachen so hier ist es 15 uhr jetzt bekommt ihr schon mal ich hoffe ich komme drauf oder er hat es komplett runter auch ich bin schon drauf also hier schon exklusiv exklusiv material wie gesagt ab 16 uhr ab 16 uhr beginnt das alles hier und dann könnt ihr auch mit drauf warte mal ich muss mal was ne das ist die falsche Szene ich mach mich mal ist gut schon seh mal so boah alles gut genau und ich mach mal spotify mal eben aus weil wir haben ja schicke musik in minecraft und dann zeige ich euch gleich mal um 15 uhr das ist jetzt hier gerade die lobby was man hier so bisher machen kann auf dem server was es so gibt ist jetzt keine werbung aber herr gut gut ich hab schon ewig kein minecraft mehr gespielt das äh ich glaub das letzte wir haben ja schon mal im stream minecraft gespielt das war letztes jahr im märz also so um die um diese zeit ungefähr letztes jahr da war die 1.14 gerade relativ neu das weiß ich noch und dann haben wir gespielt und zwar minecraft was ist das mit irgendwie fühle ich mich so als wenn das nicht ganz passen würde mit der webcam rötete ich wäuchte auch mal in zukunft weil das hier jetzt so ein bisschen blendet und alles Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte Brauche ich eine Lichtquelle Irgendwie irgendwas Damit das dann ein bisschen heller auch ist Das habe ich ja jetzt gerade Im Moment Nicht wirklich Genau Wir warten noch Noch zwei Minuten Was ist los? Ich weiß aber noch nicht Wie lange ich heute streamen werde Vielleicht auch gar nicht so lange Gucken Auf jeden Fall Dieses Public Beta Wochenende geht drei Tage Und ich hatte vor An Allen drei Tagen Zu Spielen Zumindest ein bisschen Endet Jetzt am Sonntag um Ähm Wann endet das? Weiß ich jetzt gar nicht alles auswendig Um Um 22 Uhr glaube ich Genau Wo viel Dazu Dazu 59 Gleich ist Ähm Oben Open for everyone Open for everyone Tastenabenteuer Tastatur Tastatur Bluetooth Tastatur Und die hatte ich halt gerade umfliegen Und die war eigentlich gar nicht so schlecht Ich bin bei vielem jetzt auf Bluetooth umgestiegen Kopfhöhre habe ich ja schon länger Dann diese Tastatur Maus ist noch Kabel Aber ansonsten bin ich bei vielem schon auf Bluetooth umgestiegen Weil mir das einfach richtig Äh Weil mir das richtig auf Ich sag jetzt mal so Es ging mir auf den Nerven Dass Ich immer Überall alles mitgerissen hab Wenn ich mal am Kabel irgendwo hängen geblieben bin Und Dann hab ich gesagt Nein Ich hol mir alles per Bluetooth Und hi Tim Herzlich Willkommen So Und Jetzt ist Geht's los So Tim wenn du mitspielen willst Ne Ab jetzt Quasi Äh Kannst du 1 12 2 Äh Und dann IP steht im Stream Titel Aber Ja Facecam Habe ich schon länger Habe ich schon ein paar Streams mit Da warst du aber auch letztes Mal dabei Da haben wir Ähm Haben wir da gespielt Was haben wir da gespielt Ähm Ich muss erstmal gucken Ob Ja Gut Was haben wir da gespielt Äh Tim Sag mir doch mal Was wir da gespielt haben Als wir Das gemacht haben Ähm Wie verzögert die Das hat er gerade ein bisschen Jetzt gerade wo ich sagte Uh ich brauche nur Bluetooth Das hat er tun Weil das viel besser ist Jetzt Genau Mario Stimmt Mario 3D World Ich kam da jetzt nicht drauf Das haben wir gespielt Da hatte ich das auch schon Und davor auch schon Da haben wir so Tourists gespielt Ich glaube das war der erste Stream Das ist jetzt also hier der dritte Stream Wo ich das Mario mit Facecam Genau 3D World Genau So Das ist übrigens Ähm Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu kommentieren Während ich spiele Weil ich neige immer dazu Weil ich spiele nichts zu sagen Ähm Das ist jetzt Mein Plot Ne Wenn ihr hierhin kommt Habt den Plot Und 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 Das könnt ihr dann Bebauen So ich muss mal Plot Confirm Ups Plot Confirm Och komm Ich mach gleich doch So P Kill So Und P Confirm Geht das jetzt? Okay Gut Oder wollen wir es zur Valve machen? Da kann mir dann wenigstens was Ich wüsste jetzt nämlich nicht spontan Was wir bauen sollen Warte mal Slash Lobby Funktioniert der Chat jetzt gerade? Er sagt jetzt gerade Oder funktioniert der die ganze Zeit schon? Ich weiß es nicht Ähm Warte mal So Wie du einen Plot kriegst Tim Du Mit P Mit P P Plot 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 Claim Plot Auto Plot Slash Slash P Auto P Auto Muss aber auf den Kreativserle So Wir gehen jetzt mal Daily Rewards So Survival Yeah Survival 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 Überleben Leben kommt mit Cool Ich hole mir gleich noch eine andere Tastatur Hier guck mal Jetzt nicht mehr Aber manchmal hat die mega die Verzögerung Auch immer Also zum spielen Ich habe die bisher sonst Ich spiele in letzter Zeit nicht mehr so viel am PC Aber sonst Habe ich die halt nur genutzt Um Am Internet Irgendwas einzugeben Oder in Word Was zu tippen Oder irgendwas Da ging das voll klar Aber jetzt wo ich merke Mit Spielen Ist sie halt echt nicht so gut geeignet Ne Definitiv nicht Gut Schicke Landschaft hier Hier werden wir uns doch wohl irgendwo niederlassen Guck mal Ich drücke jetzt Jetzt Leertaste Okay Jetzt Vorführeffekt Jetzt geht es natürlich Komm Ich drücke einfach nur hier weg Ich drücke einfach nur nicht sterben So Was für eine Wie weit sehen die dich eigentlich Wie weit entfernt Das wundert mich immer wieder Wenn ich Minecraft spiele Wie weit dich Oh komm Monster eigentlich sehen Krieg an der Lage Sensors Ja aber ich habe mir in meinen Kopfhörern ja keine Probleme Gut Ist vielleicht auch ein blöder Vergleich Aber Ähm Ja Oh hier sind überall Monster Ja ich möchte Wieso ist hier auch so ein mega offenes Feld Ich möchte irgendwo Oh Vor allem wieso ist immer Nacht Immer wenn man Minecraft spielt Ist Nacht Ob ins Wasser Da kann uns keiner was tun Insel Sind wir hoffentlich Sicher Wie lange ist noch Nacht Gleich vorbei Nochmal gut So Da hinten ist eine Wüste Da gehe ich jetzt hin Das dauert mir zu lang Da oben ist ein Creeper Anspannung ist groß. Wie war das noch mit dem Kürbis? Sehen die eigentlich? Den konnte man sich doch mal auf den Kopf setzen, ne? Oder war das mit Endermännern, dass die einen dann nicht sehen? Wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Nur bei Endermännern. Okay. Och, komm, wieso ist hier überall wär's? Hm. Gut. So. Kann die Nacht mal endlich vorbei sein? Das dauert ja immer ewig. Ich... Schlimm ist das auch in GTA. Das ist ungefähr auch so schlimm. Oh, da hat schon mal jemand was gebaut. Plötzlich mitten am Tag. Meine Wünsche wurden erhört. Neue Rezepte verfügbar. Cool. Das dauert ja da 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 da. Äh, Discord, möchtest du mitmachen beim Stream Tim? So, ich schreibe jetzt einfach mal, ähm, ich geh da mal auf Discord und kann Tim mit, äh, in den Dings, äh, wieso hab ich da einen? Einen Moment, ich bin mal ganz kurz jetzt hier mit Tim, geh ich mal in Discord rein. Der Mann noch gar nicht. Ey, Tim, schreib das jetzt mal nicht in den Minecraft-Chat, aber wir gehen jetzt mal bei mir auf den Discord, weil du hast, glaub ich, ähm, noch gar nicht die ganzen, ähm, Rollen auf dem Discord von ReadyCraft, oder? Ist doch egal, warte mal, bist du bei mir jetzt? Nee. Wo bist du grad? Schreib mal in, äh, bitte aber auf Twitch im Chat, wo du gerade bist. Nicht unbedingt auf dem Server. Das kann nämlich jeder sehen. Und das ist nicht so toll. Aber, ich, ich, ich such dich gerade, ob du schon... Talk. Ja, hä? Auf welchem Server? Ach da. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Ich, aber dich nicht. Cool. Ah, okay. Oh, okay. Dann hör ich dich jetzt. So, ein bisschen lauter machen, nicht? Cool. So. Ja, lange nicht mehr gehört, ne? Nee, Tim ist jetzt auch... Och, komm, jetzt diese... Ich wechsle gleich wirklich die Tastatur, ey. Ich komm hier nicht mehr raus. Ja, jetzt. Oh Gott. Ey. So. Das bin ich so beknackt, dass du dieses Aufnahmeprogramm von Windows 10, Minecraft nicht erkennt. Es gibt ein Aufnahmeprogramm in Windows 10? Ja, mit, äh, Störung, äh, Windows-Tastung und G. Okay. Später. Verdecken. Spieleaufnahme. Minecraft. Am Osterwochenende, äh, also zwischen dem, ich sag mal zwischen dem 10. und, ich sag mal jetzt ganz grob, 14. 10. April, äh, werden wir auch, wenn möglich, Final Fantasy 7 streamen. Je nachdem wann, die so gnädig sind, um mir das Spiel zu schicken. Kann es schon sein, dass es schon am 9. da ist. Oder erst am 11. mal gucken. Wie geht es schon mal. Vielen Dank.